Aus gegebenem Anlass möchte ich in diesem kurzen Video mal ein paar Dinge zu der QuickTime-Windows-Problematik sagen. Viele Anwender haben es schon mitbekommen. Stand etwa Mitte April 2016 wurde bekannt, dass der QuickTime-Player für Windows nicht mehr weiterentwickelt wird und außerdem wohl zwei schwere Sicherheitslücken im QuickTime-Player enthalten sein sollen. Jetzt sind viele Anwender beunruhigt und möchten am liebsten QuickTime sofort deinstallieren. Jetzt ist es aber auch so, dass derzeit viele Windows-Programme tatsächlich QuickTime noch benutzen, sei es zum Erstellen von Bildern oder irgendwelche QuickTime-Komponenten, Kodex verwenden, damit bestimmte Videoformate abgespielt werden können. Das heißt, im Moment ist es nicht für jeden eine Option, QuickTime wirklich zu deinstallieren. Bei mir ist das jetzt zum Beispiel auch der Fall. Ich habe einige Programme, die QuickTime verwenden oder Komponenten von QuickTime verwenden, weshalb ich im Moment QuickTime auch nicht deinstallieren werde. Jetzt gibt es natürlich trotzdem ein paar Dinge, die man tun und machen kann, um die Gefahr, die sich jetzt hier durch diese QuickTime-Geschichte ergibt, möglichst zu minimieren oder im besten Fall sogar auf null zu reduzieren. Wobei ich jetzt auch dazu sagen muss, die Angaben, die ich hier mache, sind natürlich ohne Gewehr. Ich übernehme da keine Garantie für. Da muss sich natürlich letztendlich jeder selber mit auseinandersetzen. Aber ich denke, die Infos, die Sie jetzt im Folgenden erhalten werden, sollten zumindest jedem helfen, da eine vernünftige Entscheidung zu treffen. Grundsätzlich ist es so, Stand der Dinge Mitte April 2016, das, was ich bisher gehört, gelesen habe zu diesem Problem, ist so, dass Videos quasi mit dem QuickTime-Player abgespielt werden müssen, damit diese Sicherheitslücken genutzt werden können. Das heißt, um es mal ganz grob runterzubrechen, das Wichtigste wäre, dass eben vom QuickTime-Player selber keine Videos abgespielt werden. Und dabei ist eigentlich tatsächlich die größte Gefahr, dass der QuickTime-Player das von alleine macht. Jetzt wundert man sich vielleicht im ersten Fall, wie kann der QuickTime-Player von alleine Videos abspielen? Das liegt daran, dass der QuickTime-Player sich in den Internetbrowser einklinken kann. Manche Browser nutzen da solche QuickTime-Plugins, damit das Abspielen von Videos eben über QuickTime abläuft. Und das ist sehr wahrscheinlich wirklich die größte Gefahr bei der ganzen Geschichte. Das ist eigentlich auch fast schon wieder das Schöne, denn dieses Verhalten kann man wirklich gezielt beeinflussen. Und darauf möchte ich jetzt hier mal als erstes eingehen. Grundsätzlich ist es so, wenn Sie mal den Apple QuickTime-Player alleine öffnen, über Programme, QuickTime, dann finden Sie den QuickTime-Player, den können Sie starten. Und über Bearbeiten das Menü und QuickTime-Einstellungen können Sie da auch in die Einstellungen für den Browser reingehen. Und da können Sie auf jeden Fall schon mal sagen, QuickTime soll nicht von alleine automatisch Filme abspielen, wenn QuickTime eben da als Plugin mit verknüpft ist. Das übernehme ich gleich mal. Außerdem sollten Sie bei der Gelegenheit auch gleich mal hier bei Dateitypen reinschauen. Hier kann man sich von QuickTime-Player aus die Windows-Einstellungen zu den Dateitypen-Zuordnungen anzeigen lassen. Und da sollten Sie auf jeden Fall mal überall, wo es geht, den Haken rausnehmen, sodass eben QuickTime-Player von alleine nicht mehr mit irgendeinem Format verknüpft ist, sodass Sie auch nicht versehentlich irgendeine Datei jetzt hier selber in Windows mit dem QuickTime-Player abspielen können. Das können Sie auch mal hier bei diesen MIME-Einstellungen prüfen. Auch da überall, wo es geht, die Häkchen rausnehmen. Damit haben wir schon mal einen sehr großen Teil abgehakt, was jetzt hier diese Sicherheitslücke betrifft. Des Weiteren sollten Sie mal Ihren Internet-Browser überprüfen, ob dort noch irgendwo QuickTime-Komponenten verwendet werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt hier bei mir auf dem Computer, und das ist noch ein Windows-7-System, eigentlich nahezu alle aktuellen Browser installiert und ich habe alle kontrolliert und in keinem einzigen wurde von alleine ein QuickTime-Plugin verwendet. Also das ist schon mal auch die gute Nachricht. Die Wahrscheinlichkeit, dass Ihr Browser irgendwie noch QuickTime verwendet, ist sehr gering. Trotzdem möchte ich mal an zwei Beispielen zeigen, wie Sie das kontrollieren und gegebenenfalls abschalten. Als erstes habe ich jetzt hier mal den Internet Explorer. Und da finden wir in der obersten Zeile, wo auch die Adressleiste ist, hier dieses Zahnrad-Symbol Extras, wenn ich da mal draufklicke. Dann habe ich hier Zugriff auf den Bereich Add-ons verwalten. Und hier lassen Sie sich am besten mal alle installierten Add-ons auflisten. Und wenn jetzt bei Ihnen hier ein QuickTime-Plugin installiert wäre, dann würde es hier mit in der Liste auftauchen. Und Sie könnten es entsprechend anwählen und dann über die Schaltfläche Deaktivieren hier auf jeden Fall mal rausnehmen, damit der Browser das eben auf gar keinen Fall verwendet. Dieses Vorgehen ist wahrscheinlich nur dann nötig, wenn Sie wirklich noch einen sehr alten Browser verwenden oder lange nicht mehr aktualisiert haben. Dann wurde da vielleicht noch QuickTime verwendet. Kontrollieren Sie das mal und nehmen Sie das gegebenenfalls raus. Notfalls hilft natürlich da auch eine Google-Frage, wenn Sie jetzt einen anderen Browser verwenden. Einfach mal eingeben, QuickTime-Plugin und Ihr Browser. Dann sollten Sie da im Normalfall auch schon eine ganze Menge Infos zu erhalten, wo Sie das Plugin finden und wo Sie es deinstallieren können. Das war jetzt hier mal das Beispiel mit dem Internet Explorer, der da so ein bisschen eigene Wege geht. Viele andere moderne Browser haben die Plugins anders eingebunden. Hier zum Beispiel mal Google Chrome. Da muss ich das Ganze so ein bisschen seltsam auf diese Weise, glaube ich, eingeben. Genau, Chrome, Doppelpunkt, Schrägstrich, Schrägstrich, Plugins. Jetzt kann ich mir die Plugins hier für Chrome anzeigen lassen, inklusive gegebenenfalls noch mit Details. Und das sollte ich jetzt auch mal kontrollieren, ist hier irgendwas mit QuickTime oder mit Apple. Das Schöne an dieser Methode ist, die jetzt auch Chrome verwendet zum Auflisten der Plugins. Ich kann mit F3, und das funktioniert eigentlich in den meisten aktuellen Browsern, hier die Suchfunktion aufrufen und kann jetzt da einfach mal Quick eingeben. Dann würden jetzt schon alle Einträge aufleuchten, wo QuickTime drinsteht. Und man sieht es hier auch schon an dieser Signalfarbe. Hier gibt es überhaupt keine QuickTime-Sachen. Notfalls gibt man auch noch mal Apple ein, um zu sehen, gibt es hier irgendein Plugin von Apple. Auch das ist hier nicht der Fall. Wenn es so wäre, genau dasselbe Vorgehen wie im Internet Explorer. Plugin anwählen und dann hier entsprechend mit deaktivieren rausnehmen. Wie gesagt, die Angaben, und ich werde natürlich auf keinen Fall da jetzt die Sicherheit übernehmen, dass damit nie was passieren kann. Aber ich sage mal, nach gesunden Menschenverstand sollte damit die Wahrscheinlichkeit, dass Sie Probleme bekommen, schon auf das Mindeste reduziert sein. Was ich grundsätzlich noch empfehlen würde, wenn Sie jetzt externe QuickTime-Dateien oder Dateien im MOV-Format bekommen, achten Sie darauf, dass Sie ein aktuelles Virenschutzprogramm haben und scannen Sie diese Dateien vielleicht mal, bevor Sie die in Ihrer Audio-Applikation oder in Ihrer Video-Applikation verwenden, um auch da sicherzugehen, dass da nicht irgendwo jetzt diese Sicherheitslücke ausgenutzt wird. Ansonsten, wie gesagt, wenn QuickTime nicht zum automatischen Abspielen verwendet wird, dann sind Sie da schon mal beim Browsen geschützt. Und das ist wirklich die größte oder die gefährlichste Einfallstür für solche Geschichten gewesen. Programme, die dann sonst nur irgendwelche anderen QuickTime-Komponenten nutzen, zum Beispiel Codex oder eben auch Bildfunktionen wie EDIUS. Da läuft viel, was die Standbilder betrifft, über QuickTime. Da brauchen Sie aller Wahrscheinlichkeit zu 99,9 Prozent keine Angst haben, dass das irgendwie problematisch sein könnte. Der Vollständigkeit halber habe ich jetzt hier nochmal eine Datei, die von einer Videokamera aufgenommen wurde im QuickTime MOV-Container-Format. Die müssen Sie nicht mit QuickTime abspielen. Das schon mal als Info. Das können Sie auch mit anderen Programmen abspielen. Und wenn Sie jetzt die Verknüpfung, wie ich es vorhin gezeigt habe, nicht schon zu einer anderen Abspielsoftware gemacht haben, möchte ich es hier nochmal kurz zeigen. Sie können so eine Videodatei auch mit Rechtsklick anwählen und dann hier Öffnen mit und hier jetzt ein Programm wählen und da auch den Eintrag auswählen, Standardprogramm auswählen und dann eben auch sagen, ich möchte QuickTime-Dateien von jetzt bis immer mit dem VLC Media Player verknüpfen, der kostenlos verfügbar ist. Eben auch, um sicherzugehen, dass dafür das Abspielen nicht QuickTime verwendet wird. Ja, und neben dem Effekt, dass der VLC Player eben jetzt nicht auf diese Sicherheitslücke reagiert, ist es auch tatsächlich so, dass der VLC Player QuickTime-Dateien wesentlich performanter abspielt als QuickTime selber. Ich hoffe, mit dem Video hier einen kleinen Überblick geschafft zu haben und auch ein bisschen Licht ins Dunkel dieser QuickTime-Problematik gebracht zu haben. Ich bin mir sicher, alle Hersteller, die jetzt irgendwie QuickTime verwenden, werden schauen, dass sie diese QuickTime-Komponenten möglichst zügig aus ihren Programmen entfernen. Da wartet man einfach, bis die entsprechenden Patches verfügbar sind. Ein Grund, jetzt hier aber akut in Panik auszubrechen, gibt es aller Wahrscheinlichkeit nicht, wenn sie QuickTime eben nur in dem Rahmen verwenden, wie ich es jetzt hier in diesem Video beschrieben habe.